Hallo liebe Leute von heute, wir sind Disparade, wir spielen heute auf dem Stadtfest in Norden und ich bin Thomas von Disparade. Wir kommen alle aus der Krummhören und das ist... Hi moin, ich bin Martin, ich bin der Sänger, bin seit 2004 dabei, heute Abend spielen wir hier in Norden, wir haben hier noch nie was gemacht, wir sind froh hier zu sein und wir hoffen mal die Budes zu rocken heute Abend. Ich bin Matze Brammer und ja, was soll ich sagen, ich bin Gründer der Band mit meinem Freund Daniel Kamping, ja und wir geben heute richtig Gas und ich glaube, das geht nicht besser auf dem Stadtfest. Ja, er hat mich ja schon vorgestellt, ich bin Kalle eigentlich, ich bin der Bassmann in der Band, ich freue mich, dass ihr hier zu sein, wird schon gut laufen. Ja, das ist mein Nachbar, der hat mich damals dazu geholt, ich bin der Älteste hier in der Band, ich spiele Gitarre und sie konnten nicht ohne mich und deswegen bin ich immer noch dabei. Wenn ich jetzt nicht mehr dabei wäre, dann gibt es euch glaube ich nicht mehr oder ihr hättet neun. Also auf jeden Fall freuen wir uns heute Abend hier zu sein und wünschen euch, euch all viel Spaß. Und damit gehen wir raus zu euch. Wir hatten uns auf dem Weg hierher bei Burger Gang getroffen und hatten eine Diskussion über uns. unsere tollsten Sexerlebnisse und ich habe die Frage gestellt, ob ihr schon mal Sex auf dem Klo hattet und Martin hat wie folgt geantwortet. Noch nicht heute. Morgen vielleicht, ja, aber sonst auch nichts. Hast du nicht was Besseres zu erzählen? Ich habe irgendwas von Stichwort Spinat gehört, mit was dopen wir uns eigentlich? Ja. Mit was dopen wir uns eigentlich? Dopen? Was ist das denn? Um mal was sinnvolles zu sagen, also Disperate heißt eigentlich verschiedenartig, ne? Deshalb auch ganz viele verschiedene Musikgeschmäcker von Rock, 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 Rock'n'Roll, Metal, alles dabei. Deshalb freuen wir uns auch so, ne? Also oft paar Stücke. Um das mal auf den Punkt zu bringen, wir machen alles, was uns Spaß macht, ne? Jungs, oder? Und alles live. Und ohne Midi-Files und ohne technisches Schnickschnack, das können wir überhaupt nicht leiden. Also im Prinzip stehen wir für die letzten 60 Jahre handgemachten Rock'n'Roll. Und wir hoffen, dass die Leute richtig viel Spaß mit uns haben. Bühne frei für euch und wir verschwinden jetzt mal ganz schnell von hier, damit die loslegen können. Mitkommen! Und wir hoffen, dass die Leute richtig viel Spaß mit uns haben. Schön bien!